Ja, ich habe gerade eine goldene Kamera gewonnen und kann es ehrlich gesagt gar nicht glauben, weil, keine Ahnung, ich war mit so coolen Kollegen nominiert, dass ich echt nicht damit gerechnet habe. Auf jeden Fall großen Dank erstmal natürlich an die ganzen Zuschauer, an jeden, der regelmäßig meine Videos schaut. Einen großen Dank gilt an meinen Kameramann, den Nils, der mich bei jedem Video unterstützt und ohne den das so in der Form natürlich gar nicht möglich wäre. Großer Dank gilt an Daniel, an meine Eltern und jeden, der mich halt einfach regelmäßig unterstützt bei meiner Arbeit. Es ist geil, es ist ein geiles Gefühl. Ich finde, der Preis sieht auch sehr schön aus, dass sogar mein Name drauf eingraviert, richtig verrückt. Ich bin sprachlos und freue mich und ja, tschüss.